Achtung, ich warne euch vor. Wenn ihr Kinder habt, schickt sie am besten jetzt aus dem Zimmer und wenn ihr schwach beseitigt seid, haltet euch besser fest. Denn jetzt kommt ein Wort, das hierzulande seit Monaten für Panik sorgt. Schweden. Ja, Schweden ist in der Corona-Krise zu so etwas wie dem Horrorland geworden, wenn wir auf unsere Politiker und Medien hören. Quasi Walking Dead im Ikea. Mediale Horrorszenarien, Panikartikel. Schwedens Weg durfte oftmals nicht mal diskutiert werden. Denn spinnst du? Die hatten so viele Tote, so viele wie seit 150 Jahren nicht. Und wir werden uns Schweden heute etwas genauer anschauen. Und die ein oder andere Meldung, die Banken. Und wir haben was recherchiert, zu was anscheinend kein einziges Medienhaus im ganzen Land imstande war und haben es für euch aufbereitet. Ja, es wird spannend. Nach dem Intro. Sick. Was geht ab, ihr wundervollen Menschen? Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sick. Deutschland ist wieder im Panikmodus. Nach dem Panikmodus der letzten Monate wird jetzt aber nochmal so richtig hochgeschaltet. Denn wenn man sich die Politiker und Medien anhört, dann klingt das ja gerade wie... Es ist das Ende der Welt! Und man bereitet Deutschland wieder auf harte Maßnahmen vor. Denn wie ihr wisst, sind die ja absolut alternativlos, wenn man die Pandemie aufhalten will. Maskenpflicht in den Schulen. In Bayern sogar Maskenpflicht im Freien. Ja, wirklich. Die Versammlungsfreiheit muss weiter eingeschränkt werden. Und das alles endet so wie so erst dann, wenn es endlich einen Impfstoff für alle gibt. Und als mahnendes Beispiel nimmt man dann immer Schweden. Denn die hatten ja viel lockere Maßnahmen. Keinen Lockdown, keine Maskenpflicht. Und darum las man immer wieder in unseren Medien Schwedens Sonderweg mit vielen Toten. Ein tödlicher Sonderweg. Denn Schweden hat die Tragweite nicht begriffen. Folgenschwerer Sonderweg. Schwedens tödlicher Corona-Irrtum. Und warum die schwedische Strategie baden ging. Alle Medien sagen uns, dass Schwedens lockerer Umgang mit dem Virus zu einer Unzahl von Toten geführt hat. Wie unverantwortlich. Also ist es an der Zeit, sich die schwedischen Zahlen einmal genauer anzuschauen. Und es ist an der Zeit zu prüfen, was an den Horrorszenarien dran ist, die man uns verkaufen will. Dass das gar nicht so leicht ist, hat ein Weltautor erfahren müssen, der die Sterbezahlen von Deutschland und anderen Ländern in Erfahrung bringen wollte. Er hat beim RKI angefragt, beim Bundesinnenministerium und beim Gesundheitsministerium und hat nichts erfahren. Entweder es hieß, wir haben keine Infos oder müssen sie halt selbst danach suchen oder auch keine Ahnung. Klasse, oder? Ich meine, das sind die drei wichtigsten Stellen, die das ganze Land durch die Pandemie lenken. Und die haben keine Ahnung, wie es um die Sterbezahlen in Deutschland bestellt ist. Geschweige denn bei den europäischen Nachbarn wie Schweden. Und das in einer weltweiten Horror-Pandemie, wo man ja eigentlich die besten Entscheidungen auf der größten möglichen Datenbasis treffen sollte. Also das finden wir nicht gerade beruhigend. Und also haben wir uns selbst auf die Suche nach den schwedischen Todeszahlen begeben. Denn gerade die sind ja spannend im Vergleich. Und was wir gefunden haben, dürfte die meisten da draußen erstaunen. Das ehemalige Nachrichtenmagazin hat zum Halbjahr 2020 ganz klar festgestellt, Schweden hat eine dramatische Übersterblichkeit. Seht ihr? Da, roter Balken. Immer gefährlich. Und der Spiegel nimmt dann, wie viele anderen auch, die Jahre 2015 bis 2019 als Mittelwert. Und das sollt ihr Angst machen. Das sagt ihr nämlich natürlich eins. Schweden spinnt. Der Sonderweg ohne drakonische Maßnahmen ist eine Sackgasse. Also haben wir uns das genauer angeschaut. Und haben die Sterbezahlen und Raten der einzelnen Jahre herausgesucht. Und jetzt wird's spannend. Hier sehen wir jeweils das erste Halbjahr der letzten fünf Jahre. Und es fällt sofort auf, dass 2015, also ein stinknormales, langweiliges Grippejahr, sogar noch eine höhere Sterberate hatte als 2020. Das Corona-Horrorjahr, wo Schweden alles falsch gemacht hat. Naja, jetzt sagt ihr vielleicht 2015. Das war bestimmt ein krasser Ausreißer. Also haben wir uns auch noch die letzten zehn Jahre angeschaut. Und jetzt wird es wirklich absurd. Das sind die Sterbefälle der letzten zehn Jahre. Und jedem, der nicht blind oder Karl Lauterbach ist, fällt auf, dass nicht nur 2015, sondern auch 2013, 2012 und 2010 sogar noch schlimmer waren als 2020. Und nicht nur das. Jetzt sieht man auch ganz deutlich, dass vier der fünf Jahre, die ja von allen als Mittelwert genommen werden, sogar sehr milde Grippejahre waren. Und 2019 sogar ein absoluter Minusrekord war. Erstaunlich, oder? Also finden wir zumindest. Aber wir sitzen ja auch nicht im Spiegelhauptquartier. Denn vier milde Grippejahre für den Fünfjahresmittelwert zu nehmen und damit Angst und Schrecken zu verbreiten, ist zumindest manipulativ. Also faktisch ja nicht gelogen, aber mit einer realen Einschätzung der Gefahr oder journalistischer Sorgfalt hat das nichts zu tun. Oder wie die Faktenchecker es nennen würden? Vergleicht man also die Sterberate der vergangenen zehn Jahre, lässt es eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder es gibt keine besonders hohe Sterberate in Schweden, was aber nicht sein kann, sonst wären ja die lockeren Maßnahmen richtig gewesen. Und das ist natürlich ausgeschlossen. Also bleibt eigentlich nur zweitens. Schweden macht jetzt schon zum fünften Mal einfach keinen Lockdown. Wie unverantwortlich. Aber egal, zu welchem Schluss man kommen mag, eines zeigen die Daten ganz eindeutig. 2020 war im Vergleich zu den letzten Jahren, die man hier sieht, kein Jahr, wo Schweden außergewöhnlich viele Tote hatte. Also rein faktisch. Aber wie erklären wir uns dann das hier? Covid-19 treibt die Zahl. Schweden zählt die meiste Tote seit 150 Jahren. Nach Corona-Sonderweg. Schweden so viele Todesfälle wie seit 150 Jahren nicht mehr. Wegen Corona. Schweden hat die meisten Todesfälle seit 150 Jahren. Hä? Hä? Aber, ich meine, wir haben doch jetzt... Ey, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wie passt das zusammen? Ich meine, wir haben gerade gesehen, dass es schlimmere Jahre als 2020 gab. Und zwar mehrere alleine seit 2010. Aber wie kommen dann diese Artikel zustande? Mal wieder durch einen Trick. Es wird berichtet von 51.405 Toten 2020. Und von 55.431 im Jahr 1869. Und spätestens jetzt sollte uns ein Licht aufgehen. Denn in absoluten Zahlen stimmt das. Aber in absoluten Zahlen würden wir fast andauernd neue Sterberekorde haben. Weil ja die Bevölkerung von Jahr zu Jahr wächst. Die Sterberate ist darum das Entscheidende. Also wie viele Tote gerechnet auf die Bevölkerung. Denn 1869 gab es nur 4,1 Millionen Einwohner. Aber 2020 sind es schon 10,3 Millionen. Aber das wird in den Artikeln nicht dazu gesagt. Denn so sieht es aus, wenn man die Sterberate von 1869 mit den letzten 10 Jahren ins Verhältnis setzt. Aber anstatt das Jahr 2020 mit 2015 oder 2013 oder 2012 oder 2010 zu vergleichen, verbreitet man Schreckensmeldungen mit dem Jahr 1869, als eine Hungersnot Schweden heimgesucht hat. Obwohl das ja komplett unverhältnismäßig ist. Und wieder sind die Meldungen ja rein faktisch nicht falsch, aber so manipulativ, dass wir es nicht fassen konnten. Und das alles nur um Panik und Stimmung gegen den Sonderweg von Schweden zu machen, weil sie bei den Corona-Maßnahmen nicht mitziehen. Die Ursprungsmelding kam übrigens von Reuters, einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt. Aber die hatten wenigstens in einem Nebensatz darauf hingewiesen, dass die Bevölkerungszahl unterschiedlich ist. Zwar haben die das auch nicht ins Verhältnis gesetzt, aber die deutschsprachigen Medien haben beim Copy-Pasten sogar noch extra diesen kleinen Passus rausgelöscht aus ihren Artikeln. Und dachten sich, egal. Kleiner Funfact am Rande, auch der Volksverpetscher, selbsternannter Faktenchecker hat getitelt, das widerlegt alle, die Schweden lobten so viele Tote wie seit 150 Jahren nicht. Und nehmen ebenfalls die absoluten Zahlen, um den Weg von Schweden niederzumachen. Denn nochmals und langsam. Nach der Todesrate war das erste Halbjahr 2020 von den letzten elf Jahren das fünftschlimmste im Mittelfeld. Also rein faktisch nichts Besonderes. Gut, dass dieser Qualitätsblock erst im März zum Block des Jahres ernannt wurde. Die Preisverleihung wurde übrigens unter anderem gesponsert von Microsoft und Facebook. Nein, wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken. Die Daten, die wir uns angeschaut haben, weil es auch in den meisten Artikeln darum ging, betrafen immer das erste Halbjahr in Schweden. Aber wir haben ja jetzt Ende September. Also haben wir es nochmal aktueller veranschaulicht bis Ende August. Und Spoiler, das sieht es für die Panikmacher auch nicht besser aus. Sogar ganz im Gegenteil rutscht das Horrorjahr 2020 in seiner Gefährlichkeit immer weiter runter und ist mittlerweile nur noch auf Platz 6. Und das, obwohl Schweden ja den tödlichen Sonderweg gegangen ist. Denn dass es auch ohne Lockdown und Maskenpflicht geht, das würde ja allem widersprechen, was uns seit Monaten eingehämmert wurde. Und dafür schreckt man auch nicht vor Zahlen, Tricks und manipulierten Vergleichen zurück, um dieses verzerrte Bild irgendwie aufrecht zu erhalten. Und wir fragen uns, ist es Unwissenheit und Dummheit oder ist es Kalkül und Boshaftigkeit? Und beides wäre gefährlich. In einer Welt mit einer funktionierenden Presse müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Medien gehen, wenn einer der größten Nachrichtenagentur der Welt so eine verzerrte Nachricht bringt. Aber was passiert? Copy, paste. Und die wichtigen Fakten werden sogar noch extra rausgelöscht. Ich meine, man greift den Abweichler Schweden an und zieht ihn bestmöglich durch den Dreck. Immer ganz auf Regierungslinie. Denn das, was unsere Regierung macht, das muss ja auf jeden Fall das Beste sein, ob es nun faktisch stimmt oder nicht. Oder wie viele Artikel habt ihr gesehen, wo es darum ging, wie viele Tote einen Lockdown zur Folge hat? Wir haben es euch in einem Video versucht, schon mal aufzuzeigen. Also wie viele Tote fordert denn eine Wirtschaftskrise in dem Ausmaß wie das, was wir hier gerade veranstalten? Weil wir glauben, es sei das Beste, um Menschenleben zu retten. Wo sind die Experten? Wo sind die Hochrechnungen? Wie viele im besten und wie viele im schlimmsten Fall bei so einer Krise sterben? Wo sind die Debatten in den Medien darüber? Ich sehe nichts. Aber warum sehen wir das nicht? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Die SICK-Folge 7 zu den verschwiegenen Corona-Toten findet ihr auf unserem Kanal. Denn noch ist sie nicht gelöscht. Nicht so wie SICK Nummer 4 zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema. Die Mezio-Medien wollen also nicht, dass man sie Lückenpresse oder Hofberichterstatter nennt. Aber warum hat dann kein Journalist sich mal all diese Daten angeschaut? Warum hat niemand mal 2020 mit 2015 oder anderen Jahren verglichen? Wieso musste erst ein sickes Video auf diese Dinge stoßen und das alles ins richtige Verhältnis setzen? Wieso mussten wir, ein kleines Miniteam, das alles mühsam zusammen recherchieren, während Medienimperien mit hunderten Mitarbeitern dazu anscheinend nicht in der Lage sind? Und warum zur Hölle haben laut eigener Aussage selbst das RKI und die Ministerien, die in diesem Land ja die Corona-Maßnahmen bestimmen, die ganzen Daten nicht? Ich fasse das einfach nicht. Wir haben euch das alles, auch unsere Daten, unsere Recherche, die Statistiken und alle Diagramme natürlich unten in den Quellen verlinkt. So wie immer. Damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt. Damit ihr und wir alle diese Fakten haben, wenn der nächste Schweden-Bullshit durch die Medien getrieben wird. Und wenn euch diese Arbeit etwas wert ist, dann unterstützt uns mit einem kleinen Trinkgeld. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Denn solche Recherchen, die uns viel Zeit und Arbeit kosten, werden von euren Zwangsgebühren nicht finanziert. Und wir werden mit Sicherheit auch nicht Microsoft und Facebook-Blogger des Jahres. Deshalb vertrauen wir auf euch da draußen, dass ihr die Videos pusht und wir gemeinsam dem Irrsinn da draußen etwas entgegensetzen können. Also halten wir fest. Schweden hatte trotz viel schwächerer Maßnahmen ohne Lockdown und ohne Maskenpflicht keine Horror-Pandemie erlebt. Haben sogar nur ein durchschnittliches Sterbejahr bis jetzt. Auch wenn unsere Medien und Politiker durch Zahlen, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden, ein anderes Bild zeichnen wollen. Denn de facto stimmt das einfach nicht. Und das kann ab jetzt jeder ganz einfach nachvollziehen. Und wenn das RKI, das Gesundheits- und Innenministerium diese Zahlen wirklich nicht kennen und deswegen die Maßnahmen für alternativlos halten, dann ist das erstens erschreckend, aber dann können Sie zweitens ab jetzt gerne auf unsere Seite gehen und sich alles im Detail selbst anschauen. Die Zeit für Panikmodus und Horrorszenarien ist vorbei. Wir sollten wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommen und endlich eine breite Debatte führen. Mit Zahlen und Fakten, anstatt Andersdenkende abzustempeln und als Covidioten zu beschimpfen. Also, wenn es wieder einmal heißt, Schwedens Sonderweg kostet irrsinnig viele Menschenleben, dann postet dieses Video und entgegnet der Panikmache mit der Wirklichkeit. Engagiert euch und bringt euch ein. Wir sehen uns auf der Straße. Peace.